Liebe Community-Kinder, ich melde mich mal wieder bei euch. Ich grüße euch herzlich, auch im Namen von Pfarrer Blockmann, Pfarrer Budle und die Pastoralmitarbeiterinnen. Ja, in der nächsten Woche geht es für manche wieder los. Ihr dürft wieder in die Schule. Ihr dürft. Manche freuen sich darauf, dass sie wieder in die Schule können. Die vergangenen Wochen habe ich manchmal einige von euch getroffen und habe gefragt, wie ist das so? Seid ihr froh, nicht in die Schule zu müssen? Und manche sagten mir, ach, ich würde gern wieder in die Schule gehen. Ich freue mich darauf, auch meine Freundinnen und Freunde wieder zu treffen. Es geht wieder los, für kurze Zeit. Alles ist anders, alles ist schwieriger, deswegen konnte auch eine Erstkommunion gefeiert werden. Aber wir wünschen euch, dass ihr gut anfangt, dass ihr mutig euren Weg geht. Übrigens, ich stehe hier bei einer Frau, die in der nächsten Woche ihren 200. Geburtstag feiert. Katharina Kasper, eine Frau, die im Leben manche Schwierigkeiten zu bewältigen hatte. Eine tolle Frau. Und sie hat ein ganz wichtiges Wort gesagt. Nur mutig und mit großem Gottvertrauen nach vorn schauen. Und das wünsche ich euch. Dass ihr vertraut, dass Jesus mit euch auf dem Weg ist. Dass ihr euch auf ihn verlassen könnt. Und dass ihr mutig euren Weg geht. Hier in der Kirche liegen Kreuze, Kreuzzeichen, Erinnerungszeichen an Jesus. Ihr könnt euch gerne ein Kreuz hier holen. Gesegnete Zeichen. Und sie sollen euch erinnern. Jesus ist der, auf den ich mich verlassen kann. Er ist als unsichtbarer Begleiter, als Freund mit euch auf dem Weg. Ich wünsche euch im Namen des ganzen Pastoralteams alles Gute für den Staat. Gebt gut auf euch Acht. Bleibt gesund und voller Freude und voller Hoffnung. Macht's gut. Gebt gut auf euch Acht. 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 Untertitelung des ZDF, 2020